Hallo ihr Lieben, heute haben wir ein Muster, ein Wellenmuster würde ich sagen, ein Muster, den ich empfehlen würde für Anfänger. Dieser Muster ist wirklich sehr, sehr einfach zu stricken, man kann den für alle Projekte verwenden. Du kannst mit dem Muster mit zwei Stricknadel stricken, aber auch für Socken zum Beispiel, für Lob, Mützen, egal was, dann hast du natürlich nicht die Randmaschen und dann strickst du nicht nach der Skizze, sondern so wie die Maschen erscheinen. Das sage ich dir gleich. Ich habe diese Beispiele hier für euch mit Baby Merino Mix von Drops gestrickt, mit Nadelstärke 3. Ich habe das nur hier auf die etwas dicke Stricknadel genommen, um das bisschen weiter zu kriegen oder auseinander zu ziehen, um euch das besser zu zeigen. Ich habe mit 3er gestrickt, diese Beispiel und auch diese Wolle ist für 3 mm geeignet. Wie ich schon sagte, Baby Merino Mix von Drops 100% Wolle. Die Farbe ist ganz tolle Grau mit, ich würde sagen, so ein bisschen Schimmel, aber wirklich ganz, ganz tolle Farbe. Ich habe übrigens letztes Jahr für meine Enkelin Mütze mit dieser Farbe gestrickt und das sieht oder sah, weil jetzt ist die bisschen zu klein, aber meine Tochter kann die Mütze auch verwenden, weil das wird ein Junge. Wir kriegen ein Enkel. Also, die Farbe ist Nummer 19. Falls euch das interessiert, falls ihr die Farbe euch kauft. Drei Rapports habe ich hier gestrickt und sage ich dir gleich wie viel Zentimeter das sind. Ein Rapport, das sind 14 Maschen. Wie du hier auf der Skizze schon sehen kannst, wir haben für ein Rapport 14 Maschen und bei drei Rapports habe ich hier circa 18 cm. Das ist nur ganz kleine Info für euch, falls ihr diese Wolle verwendet. Das ist die rechte Seite. Wie du siehst, da ist ein bisschen Azur dazwischen. Da sind zwei Umschläge natürlich. Muster, wie ich schon sagte, für viele, viele Projekte geeignet. Das ist die linke Seite. Wir würden jetzt zusammen ein Rapport stecken. Ein Rapport in der Breite und ein Rapport nach oben. Ich habe schon für meine Landsleute auf meinem polnischen Kanal ein Rapport gestrickt. Jetzt das zweite Rapport nach oben würde ich mit euch zusammenstricken. Aber ich sage euch ganz schnell die Zeichen hier. Du kannst diese Skizze dir entweder am Anfang auf Pause machen und die abschreiben, weil die ist wirklich, wie du siehst, ganz leicht. Ich habe die jetzt extra mit etwas großen Kästchen gemacht. Nicht mit ganz kleinen Kästchen wie in Heft sind und deswegen, ich glaube, das ist gut zu sehen. Hier haben wir nur rechte Maschen. Zweite Reihe haben wir nur linke Maschen. Wenn du jetzt rund strickst, natürlich guckst du nicht auf die zweite Reihe links, sondern strickst du so, wie die Maschen erscheinen. Das heißt, du kannst jetzt socken stricken und in rund mit Nadel spülen und strickst erste Runde rechte Masche, zweite Runde rechte Masche, weil die erscheinen dann als rechte Maschen. Die zweite Runde. Hier hast du dritte Reihe. Umschlag, rechts, umschlag, fünf Maschen zusammen, umschlag, rechts, umschlag und sieben Maschen links. Und dann die vierte Reihe strickst du alle Maschen links, aber in Runde guckst du nicht. Du hast dann guckst du nicht auf die vierte Reihe, sondern du strickst die vierte Runde, so wie die Maschen erscheinen. Die erscheinen in der vierte Runde. Die Umschläge strickst du nach rechts und die rechte Masche, die strickst du auch nach rechts. Das ist wirklich ganz einfach. Ich hoffe, das hast du jetzt verstanden. Die von euch, die schon länger stricken, die wissen, was ich meine. Es ist einfach einfach für euch, die gerade Anfänger sind, die gerade anfangen zu stricken und wollen etwas größer schon stricken, nicht nur rechte und linke Maschen. Wie ich schon sagte, wir würden jetzt ein Rapport in der Breite und ein Rapport in der nach oben stricken. Die erste Masche ist die Randmasche. Die hebe ich auf, die würde, die stricke ich nicht, die erste Masche. Und dann die restlichen Maschen stricke ich alle, so wie das auf der Skizze ist, stricke ich alle nach rechts. Das heißt, 14 Maschen habe ich jetzt hier rechts. Und die letzte Masche ist die Randmasche, die stricke ich nach links. Die Arbeit wenden. Die zweite Reihe, denkt dran, wir stricken mit zwei Stricknadeln. Wir stricken nicht in Runde. Also, die zweite Reihe haben wir alle Maschen, stricken wir nach links. Die erste Masche ist die Randmasche. Die habe ich nicht gestrickt. Die hebe ich einfach. Und dann die restlichen Maschen in der zweite Reihe stricken wir nach links. Auch die Randmasche, die stricke ich auch nach links. Jetzt kommen wir zur dritte Reihe und danach, dann haben wir als erste die Randmasche. Dann haben wir ein Umschlag, eine Masche rechts. Ein Umschlag wieder. Und jetzt haben wir fünf Maschen zusammen. Die nächsten fünf Maschen, 1, 2, 3, 4, 5, die auf der linken Stricknadel sind. Ich muss die natürlich ein bisschen lockerer machen, weil ich stricke ganz fest immer. Ich Jetzt, nach dem Umschlag, verliert dieser Umschlag nicht. Das ist wichtig. Strickst du die fünf Maschen verschränkt zusammen. Verschränkt, das heißt, hinter den Maschen stechst du deine rechte Stricknadel und holst den Faden. Es ist ein bisschen fest, aber wenn du die linke Seite nicht so fest strickst wie ich, bisschen locker strickst, dann schaffst du das ganz, ganz sicher. Jetzt den Faden holen. Der Faden ist hier auf der rechte Stricknadel. Das heißt, eine Masche haben wir aus fünf gemacht. Und erst mal jetzt die linke Stricknadel rausziehen. Jetzt machst du dir das bisschen hier zurecht. Dann machst du ein Umschlag. Eine Masche rechts und wieder ein Umschlag. Sieben Maschen links. Eine Masche links, die zweite und die dritte und so weiter. Sieben linke Maschen. Wenn du jetzt die siebte Masche fertig hast und strickst mehr Rapport, weil ich kann mir vorstellen, dass euer Projekt besteht nicht nur aus einem Rapport. Also hast du hier mehr Maschen, dann strickst du wieder von vorne. Das heißt, machst ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag und so weiter und so weiter. Und erst am Ende strickst du die Randmasche nach links. Das war jetzt die vierte Reihe. Und jetzt kommt die, Entschuldigung, das war die dritte Reihe. Und jetzt kommt die vierte Reihe. Und in der vierte Reihe strecken wir alle Maschen nach links. Ich kann mir gut vorstellen, diese Muster zum Beispiel. Ich habe das nicht ausprobiert. Aber ich kann mir gut vorstellen für Mützen oder für Lob. Für Pullover. Im Grunde genommen für jede, wirklich für jedes Projekt. Ist ganz tolle, würde ich sagen, Herbstmuster. Ganz zarte, schöne Muster. Das war jetzt die vierte Reihe. Die vierte Reihe haben wir alle Maschen links gestrickt. Und jetzt kommen wir zur fünften Reihe. Und in der fünften Reihe stricken wir alle Maschen nach rechts. Du siehst schon, dass diese Muster ist wirklich ganz einfach und ganz schön. Alle Maschen in der fünften Reihe stricken wir nach rechts. Nur die Randmasche stricke ich nach links. Die Arbeit wenden. Wir kommen jetzt zur sechste Reihe. Die sechste Reihe, wie du siehst, auf der Skizze haben wir linke Maschen. Und hier muss ich dazu sagen, dass es wirklich, musst du mir zustimmen, dass diese Muster ist wirklich für Anfänger. Da hast du nur rechte und linke Maschen. Und in den zwei Reihen, die Reihe 3 und die Reihe 7, da hast du nur die Umschläge und die fünf Maschen zusammen. Also wirklich für die von euch, die gerade haben angefangen, stricken zu lernen. Jetzt sind wir bei der siebten Reihe. Und da haben wir eine Randmasche und danach kommen sieben Maschen links. Wie du siehst, hier auf unserer Stricknadel, die linke Stricknadel, erscheinen die Maschen als rechte Masche. Trotzdem strickst du die hier, wenn du mit zwei Stricknadel strickst, strickst du die sieben Maschen. Zwei, sechs, sieben. Dann strickst du die nach links, so wie auf der Skizze zu sehen ist. Danach machst du einen Umschlag. Eine Masche rechts, ich stricke die verschränkt, weil ich stricke auch die fünf Maschen zusammen verschränkt. Deswegen stricke ich auch die verschränkt. Danach kommt ein Umschlag und jetzt die nächsten fünf Maschen auf der linken Stricknadel strickst du zusammen. Rechte Stricknadel von hinten unter den fünf Maschen und den Faden holen. Erst jetzt die linke Stricknadel schieben oder rausholen. Danach hast du einen Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und die Randmasche. Die Arbeit wenden, Entschuldigung, und dann strichst du alle Maschen links. Schau mal, hier haben wir von der siebten Reihe, haben wir einen Umschlag, auch die Umschläge strickst du nach links. Alle Maschen links. Das ist wichtig, weil dadurch entsteht unser kleiner Ajour da. Und das sieht natürlich sehr schön aus. Wir haben jetzt die achte Reihe. Stricken wir zu Ende. Und dann die neunte Reihe fängst du wieder an wie die erste und strickst nach oben bis achte Reihe. Und immer wieder, immer wieder, solange bis du die erwünschte Höhe erreicht hast. So sieht das aus, meine Lieben. Ich hoffe, wir haben zusammen alles richtig gemacht. Wie ich schon sagte, die Skizze, die kannst du dir entweder abschreiben oder ich kann dir die bei Facebook per Privatnachricht zuschicken, scannen und zuschicken. Das war's. Ich habe mich wieder gefreut, dass du bei mir vorbeigeschaut hast. Ich hoffe, für die lange Abende oder die Tage würden immer länger, dann hast du eine Aufgabe. Kannst du weiter stricken. Okay, ich sage für diesen Moment Danke und bis zum nächsten Mal. Die Projekte oder die Muster sind schon vorbereitet für euch. Demnächst würde ich die euch zeigen. Ich wünsche euch einen netten, sonnigen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Mira. Ich wünsche euch einen netten, bis zum nächsten Mal.